Die Berkutschi jagen normalerweise keine Wölfe, da diese ihre wertvollen Adler verletzen oder gar töten können. Der Nahrungsmangel des letzten Sommers hat unter den Viehherden jedoch große Verluste verursacht. Um zu vermeiden, dass der Wolf weitere Tiere reißt, schicken die Berkutschi ihre Adler los. Untertitelung des ZDF, 2020 Der erste Angriff hat den Wolf überrascht. Während ein Adler versucht, ihn bewegungsunfähig zu machen, attackiert der zweite die Kehle des Wolfes. Und wieder müssen sich die Jäger beeilen, denn der Wolfspelz ist besonders wertvoll.